Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Alter, wer bist du denn? Was machst denn du hier? Ich habe eine Verabredung. Ey, warte mal! Hey, seid ihr auch wegen des Typen hier? Ja, wegen Ben Herzog. Ja, was denn sonst? Hier ist seine Akte. 30 Jahre alt. Er lebt in Berlin, Playback und 24-Stunden-Theater, Brotfabrik, Filmprojekte mit der UdK, Hechler und Koch. Ey, das ist doch nicht was zählt. Was zählt ist, was du auf der Mattscheibe rüberbringst, Mann? Schauspielschule Charlottenburg. Wirkt jung und dynamisch. Hat Werbung und Modelerfahrung. Schwuchtel! Den kriegen wir doch nicht unter. Dennoch sollten wir uns ihn mal angucken. Ist das hier? Ja. Hier muss es sein. Sind wir zu früh? Äh, nein. Um genauer zu sein, 23 Sekunden zu spät. Wer ist denn das? Ich schätze, das ist er. Hallo, mein Name ist Ben Herzog. Volker. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020